Ja, ich muss noch meine Schulden einlösen, das verlorenen Kartenspiel. Alle haben ja gesagt, wir ziehen uns an Knoblauch. Na, nicht so auf den Tisch. Nee. Mach eine Line. Ja, ne. Die hast du aber dann? Achso. Das ist doch eine Karte. Das ist doch gar nicht richtig gut. In allen? Also treten wir noch. Danke. Hup! 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 Hup!